Hallo Leute! Hallihallo! Ich habe Besuch, der Olli aus, irgendwie aus der Eifel oder so. Aus dem Sauerland. Aus dem Sauerland, ja. Der Olli aus dem Sauerland ist da. Und wir sitzen gemütlich hier, schmögen den Piep, trinken einen kleinen Whisky. Mögen wir beide. Und der Olli schmögt mir meine Klarheit weg. Genau. Aber wir fühlen uns mobsideil. Wir grüßen euch alle. Olli wird euch gleich erzählen, warum er eigentlich hier ist. Ja, wir haben eine kleine Reise unternommen. Mal nach Frenzburg. Und hab den Wolfgang gefragt, ich muss hier irgendwo schlafen. Also hat er mir ein Hotel besorgt, weil ich hole morgen unseren neuen Hund, den Lasse Pettersen, also Herrn Pettersen. Der wird jetzt demnächst bei uns einziehen. Und auf dem Weg habe ich gedacht, suchst doch mal den Wolfgang. Und kümmern, dass man ein bisschen seine Tabak war. Weil die ist hervorragend. Nur leckere Sachen. Nein, stimmt nicht. Sonst kommen die alle vorbei. Nein, nein. Also ich habe nur, was weiß ich hier, Lincoln. Und exklusiv, finde ich total. Und exklusiv. Der Wild Cherry. Aber ich freue mich, dass ihr vorbeigekommen seid. Er hat auch seine hübsche Frau mitgebracht. Die will aber nicht, weil die filmt gerade. Und wir haben richtig Spaß. Ja, mehr können wir eigentlich sagen. Ich finde es toll, dass er da ist. Und eins muss ich jetzt sagen, er ist genauso sympathisch, wie er auf seinen Videos rüberkommt. So ein richtiger Genussbär. Okay, jetzt nochmal drücken und dann ist Schluss. Okay, jetzt nochmal drücken.